By the power of bacon! Weil Sport mache, Kilokalorien waren ungefähr 1000 im Überschuss, ja gut 900 jetzt im Überschuss im Durchschnitt. Das habe ich jetzt auch gemacht diese Woche, wegen der Blutspende eben auch, da wollte ich jetzt nicht unbedingt ins Defizit fahren. Fange ich jetzt aber wieder an, ab heute wieder isokalorisch zu sein und nicht mehr so viel im Überschuss zu sein. Und ich habe natürlich einen guten Vergleich dann, wie es mit dem Muskelaufbau quasi aussieht, wenn ich jetzt einen extremen Überschuss fahre oder nicht und wie das mit dem Gewicht aussieht. Körperfett etc. Gewicht ist natürlich wieder hochgegangen, alleine durch die Menge, die ich halt gegessen habe, jetzt zusätzlich, ist aber relativ auf einer Linie geblieben. Und ansonsten Körperfettanteil ist jetzt auch nicht großartig mehr geworden, also ist auch auf einer Linie geblieben. Ist wahrscheinlich durch die ein bisschen mehr Wassereinlagerung etc. jetzt auch wieder hochgegangen. Werden wir mal gucken, wie das nächste Woche aussieht. Das Wichtigste allerdings, was ich gut fand jetzt, dass eben auch die Umfänge und die Kraft vor allen Dingen auch gestiegen ist im Aufbau, in Anführungsstrichen. Das ist ja jetzt quasi so ein Mini-Aufbau oder Mini-Masse-Phase, wie man es auch nennen möchte. Ja, einfach mal ausprobiert. Auf jeden Fall, die ganzen Umfänge sind auf jeden Fall gestiegen. Jetzt Bizeps zum Beispiel hier, ziemlich stark sogar gestiegen jetzt. Dann Brustumfang eigentlich auch, Bauch ist gleich geblieben, also ich bin jetzt nicht insgesamt fetter geworden oder so. Oberschenkel ist wieder sehr stark gestiegen, da haben wir sehr viel gemacht jetzt krafttrainingsmäßig und waren auch nur leicht, aber sonst auch auf einem Level geblieben. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich jetzt etwas mehr Kohlenhydrate quasi drin hatte diese Woche, dass natürlich auch eingelagert wird etc. Da werden wir nächste Woche sehen, ob sich jetzt die Umfänge quasi wieder zurückbilden auf das Level, wie es vorher war oder eben nicht. Und dann wissen wir ganz genau, ob das jetzt wirklich reine Muskelmasse ist oder ob es eben nur Kohlenhydrate und Wassereinlagerungen ist. Aber die letzten Tage hatte ich jetzt auch nicht viele Kohlenhydrate, von daher ist das schon eine ganz gute Richtung. Körperfett ist wie gesagt relativ konstant geblieben, hat sich nicht viel geändert. Ist natürlich auch klar bei so einem Überschuss, obwohl man natürlich erwarten würde, dass jetzt der Körperfettanteil gerade bei so einem hohen Fettüberschuss quasi von 800, 900 Kilokalorien dann schon etwas nach sich ziehen müsste. Aber wiederum, wie gesagt, Fett macht nicht Fett. Ist halt so. Was habe ich jetzt geändert diese Woche? Können wir hier im Diagramm sehen. Also man sieht schon sehr gut den Unterschied. Ich habe meinen insgesamt Workload quasi extrem erhöht. Das ist ja nicht unbedingt das Doppelte, aber schon fast das Doppelte an Workload, was ich insgesamt draufgepackt habe und das in weniger Zeit. Ich hatte ja vorher so ein System, wo ich quasi mit einer Wiederholung, 5 Wiederholungen, 10 Wiederholungen, 20, 30 gemacht habe. Das hat aber extrem lange gedauert. Ich bin mit den vier Übungen gerade mal, ja ich habe länger gebraucht als eine Stunde und deshalb habe ich das ein bisschen umgeswitcht. Jetzt habe ich mir überlegt, was kann ich machen, um noch mehr quasi den Muskel zu reizen in kürzerer Zeit und habe jetzt eben das Ganze so weit, dass ich die vier Übungen, die ich jetzt halt mache, zum Beispiel an einem Tag Bankdrücken, Bizeps-SZ-Stange. Was habe ich noch dabei? Sieht man auch hier Latzzück, Liegestütze nicht. Schulterdrücken, genau, war auch mit dabei und Trizepsdrücken, also ihr seht, überall geht es so nach oben. Auch das Gewicht pro Wiederholung wurde dann erhöht, die Wiederholungsanzahl insgesamt und die gesamte Last natürlich habe ich jetzt innerhalb von einer halben Stunde hinbekommen, das so zu erhöhen und das werde ich jetzt weitermachen. Das scheint richtig gut zu funktionieren. und werde jetzt erstmal ausprobieren, ob das weiter so funktioniert, jetzt diese Woche auch, auch mit dem Muskelaufbau weiterhin, aber klappt ganz gut. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu der Woche jetzt zu sagen. Alles eigentlich in Ordnung, ich gucke nochmal ganz kurz. Eigentlich nicht. Ich habe jetzt angefangen, diese Woche auch nochmal mit dem Stress zu messen, mal gucken, wie die Herzratenvariabilität ist, wie sich das ändert und da kann man dann sehr schön irgendwann ablesen, an welchem Tag man zum Beispiel dann eher einen Restday machen sollte. Dafür ist das Ganze ja gedacht. Das mache ich jetzt auch. Schaue ich mir an, wie das Ganze läuft und kann euch da natürlich dann auch ein bisschen mehr zu sagen. Ansonsten, die Wettkämpfe etc. waren natürlich auch dabei und das Einzige, was ich noch sagen muss, ist, dass ich jetzt wirklich mehrere Sachen durchgeschaut habe, mehrere Seiten und so. Die Blutspende kann die Leistung bis zu vier Wochen danach eingeschränkt sein. Gerade natürlich im Ausdauerbereich, im Kraftsport ist das jetzt vielleicht nicht so interessant, aber gerade im Ausdauerbereich, wenn ich auch längere Sachen mache, ist die Leistung extrem eingeschränkt und dann ist natürlich auch klar, warum der Wettkampf jetzt fünf Tage nach der Blutspende vielleicht nicht so gut war. Und ja, für mich aber immer noch kein Grund, mit dem Blutspenden aufzuhören, weil ich finde das eine wichtige Sache. Und wie gesagt, ich will Blutspenden jetzt nicht unbedingt dann dort hinlegen, wenn wichtige Wettkämpfe sind, sondern einfach nur, wenn so Wettkämpfe aus dem Training raus sind oder Training. Ich sehe das einfach so. Alles, was meinen Körper quasi im Endeffekt schwächt, das kann ihn am Ende einfach nur noch stärken. So sehe ich das. Und deshalb gibt es natürlich noch weiter Blutspenden, aber nicht unbedingt halt vor solchen wichtigen Wettkämpfen. So, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Also ihr habt gesehen, Muskel, die Umfänge sind leicht gestiegen. Das sieht man allerdings auf dem Foto nicht so wirklich. Auf den Fotos sieht man es nicht so groß, den Unterschied, aber gemessen ist es halt mehr geworden. Wenn wir uns das jetzt auch mal so ansehen hier. Ich nehme mir mal so einen Bizeps angespannt, so als Messlatte. Also da ist schon ein Zentimeter jetzt mindestens draufgekommen. Und mal gucken, wo das jetzt noch hinläuft. Ist ja eine ganz gute Sache, wie sich das jetzt entwickelt. Und ja, soviel auf jeden Fall zur Zusammenfassung der ganzen Woche. Ihr wisst ja sowieso, was ich gemacht habe durch die ganzen täglichen Videos. Und von daher schauen wir mal nächste Woche, wie sich das dann wieder entwickelt, wenn ich jetzt wieder auf null Kohlenhydrate gehe, wenn ich wieder idokalorisch esse. Das war mir mit der Blutspende jetzt doch ein bisschen zu heikel, da wirklich ein bisschen runter zu gehen mit den Kalorien etc. Und wollte lieber regenerieren. So sieht es aus. Auf jeden Fall, das war es für heute. Für die Zusammenfassung mal ein ganz kurzes Video. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder.